Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen bei meiner Reise durch die gefährlichen Schiffgebiete des Planeten Icarus. Ja, wir haben ja jetzt gesagt, wir machen welche Quest hier? Zahltag Extraction? Die Payday sind wir noch nicht. Ne, wir wollen ja noch nicht auf die Waterfall, ne? Ne, wir wollten ja hier, wir haben ja die hier fertig gemacht. Feldtest Erholung. Ne, die wollten wir am Wochenende machen, wenn ich die Zeit habe. Ach, die ist ein bisschen hart, ne? Obwohl, wir haben auch nie geschafft. Seltsame Ernte-Bio-Forschung, Landwirtschaft, Vorratslager. Ach so, das war die Geschichte, ne? Sandige Brücken, verlängerte Untersuchung, ist neu, haben wir 21 Tage Zeit. Wow. Was müssen wir denn da machen? Oh, 300 gibt die? Ja. Man soll irgendwie verschiedene Scans durchführen, ne? Wettermuster, um Wettermuster zu erzeugen. Die klingt doch interessant. Wir haben 21 Tage Zeit, wir würden 300 kriegen. Jopp. Die machen wir. Diesmal nehmen wir allerdings den Rucksack mit, weil, können wir ja wohl. So, ich brauche aber vorher noch mal kurz eine Pause hier, bis gleich. Musst du mal in die Hunde hier rausjagen. Wieso, Wasserwagen, Wasserwagen, die wäre auch cool, ne? Nein, wir wollten jetzt hier die 21 Tage. Ne, wo war die denn jetzt? Wo war die denn jetzt? Wo habe ich die denn jetzt gesehen gehabt? Ah, die Sandige Brücken. Die nehmen wir jetzt an. Genau. Rucksack haben wir schon reingepackt. Wunderbar. Dann kannst du losgehen hier. Ja, freaking out. Dann bin ich doch mal gespannt, was uns hier so erwartet. Wo wir landen werden. Und wo es lang geht. Und wie heavy die Mission ist. Da waren ja nur zwei Totenköpfe, glaube ich, ne? Aber sicherlich wieder mit vielen Bären. Ich kenne das Spiel doch. Obwohl, wenn wir in der Wüste sind, wird es wohl keine Bären geben, ne? Na, schauen, wo wir sind. Yep, wir sind in den Canyons. Das heißt, es gibt keine Bären. Das hier rein. Wir haben schon mal Sticks und Baumharz. Den auf die 3, den auf die 2. Und zugesehen, dass wir hier schnell... Ach, Wasser. Hier. An Wasser kommen. Schon mal gut. So, dann sammeln wir hier noch mal ein bisschen was. So, dass wir schnell jetzt noch ein paar Steine farben können. Die sehe ich ja hier. So, bauen wir uns natürlich wie immer auf hier. Und dann gucken wir mal, wo es hingeht. Ja. So, Herstellung. Äh, die. Genau. Den... Ah, nein. 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 Sticks fehlen. Naja. Das kriegen wir hin. So. Das ist ja jetzt super easy mit den Sticks. Hauen wir uns hier den Baum weg. Oh. Der fällt uns doch auf den Komp, oder? Naja, nicht gedacht. So, Holz brauchen wir eh. Hä? Was lag da? Was für ein Stopp? Ein Stöckchen. Das sah so ein bisschen aus wie irgendwie so ein Gerät erst, ne? So auf die Schnelle. So. Äh, hier. Dann haben wir doch bestimmt wieder eine... Nö, keine Kokosnuss. Schade. So, hier direkt mal einen von mir gemacht. Da geht auch nur einer. So, was habe ich gesagt? Was wollte ich jetzt denn? Oh, nein. Ach so, hier. Mach doch einfach mal Sticks. Dreimal. 30 Sticks. So, dann bauen wir den Bogen. Da fehlen uns jetzt Fasern. Dann ist doch alles nicht mehr wahr hier. Ist doch alles nicht wahr. So, wann müssen wir denn finden? Das abgeworfene Gerät. Ja, wie immer, ne? So, reicht das jetzt an Fasern für den blöden Bogen? Ja, dankeschön. So, das hier auf die 5. Kommt. Der Verband von mir aus, ja. So, Steine, Stein, Pfeile. Max. Wow, ganze 3 Stück. Was fehlt denn? Schon wieder Fasern. Das ist doch nicht wahr hier. Ei, 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 ei. Ja gut. Fasern kriegen wir hier aber gut raus. Die Sticks können wir uns jetzt auch machen. Oha. So, ein heftiger Treffer. Zwei heftige Treffer. Drei. Und das Messerchen. Na, guck mal. Unsere erste, unsere ersten Knochen. Dankeschön. So, da gucken wir doch erst mal, ob wir die Knochensicheln bauen können. Sehr schön. Mehr Fasern. So. Dann. Gehen wir doch mal Fasern sammeln hier. Oha, 99er Puma und ich hab keine Weile. Oha. Fängt das hier hart an, direkt mit dem 99er Puma, ey. Oha, das geht schon wieder genauso gut los, wie die letzte aufgehört hat. Wahnsinn. So, Leute. Echt. Jetzt macht doch nicht so einen Scheiß mit mir. So. Hier. Das Messer ist wieder ruckzuck durch. Ich seh das schon, ne. So, erstmal ein bisschen Oxid so abbauen. Ach. Ach. Hä? Achso, keine Ausdauer mehr. Ich dachte grad schon. So schlimm war es doch gar nicht. Hier, sofort eine herstellen. Was? Achso, ich bin doch gar nicht zum Fasern sammeln gekommen. Wegen dem blöden Viech da. Ja, so ist geil, ne. So ruckzuck hast du Fasern hier. Jede Menge. Oh, da. Naja. Oh, Mann. Ach, das ist ja krass hier. Also, könnt ihr euch sicher sein, wir leveln hier auch wieder auf, ne. Apropos aufleveln. Wir wollten ja eigentlich auch noch die Punkte verteilen, ne. Die Talentpunkte und so, aber... Das machen wir mal, wenn wir hier ein bisschen Ruhe haben, wach. Danach sieht es hier im Moment ja nicht aus so. Jetzt haben wir erstmal... Ne. Noch lange nicht, wenn wir hier die Rüstung noch bauen wollen. Und Verbände. Und... Dann brauchen wir noch jede Menge Fasern hier jetzt erstmal. Am Anfang ist Fasern echt wertvoll, ne. Äh, sind Fasern. Deswegen ist es auch gut, wenn du hier diese Knochenmesser hast. Weil die sind ja hier auch nicht so großartig gesät, ne. Da ist schon wieder ein Puma. Ne, ein Schwein. Aber irgendwann hat hier gerade schon wieder geknurrt. So, wir brauchen gleich mal Pfeile. Das heißt, wir brauchen auch ein paar Sticks. So. Lass mal gucken. Ja, warte. Ich wollte hier nochmal einen von herstellen. Drei hiervon noch. So, dann gucken wir mal Knochenpfeile. Max. Drei. Warum drei? Nicht genug Knochen. Okay. Dann gucken wir mal nach Steinpfeile. Ja, das sieht schon besser aus. Ja, dann nehmen wir erstmal nur Steinpfeile, ne. Wieso habe ich denn die Knochen liegen lassen? Das muss mir jetzt mal einer erklären. Gute Zeugs hier kannst du doch nicht einmal liegen lassen. So, sind schon mal sieben, ne. So, dann die Dings. Achso, Herstellung war doch richtig. Hier. Hergestellt. Das. Dann. Das Zeugs. Das Zeugs. Und das Zeugs. Gut. Die gehen ja auch direkt rein, ne. Ey, nein. So. Die gehen ja auch direkt ran. Der Rucksack sitzt sofort. Sehr cool. Ah, deswegen haben wir auch so viel Platz. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So. Dann. Wann brauchen wir als nächstes? Erstmal gucken, wo wir hin müssen hier, ne. Ist das hier der rote Punkt jetzt, oder? Oh, schätze ich mal, ne. Dann ist ja gar nicht so weit. Dann ist ja da vorne irgendwo, oder? Oder ist das hinterm Berg? Ne. Das ist da. Oh, lass uns direkt mal gucken gehen, oder? So. Warum denn nicht? In der Zeit könnte ich mal eben ein Lagerfeuer bauen. Oh, alle Steine weg. Aber dann könnte ich in der Zeit Feuer machen. Und das Fleisch schon braten. So, dass wenn ich wiederkomme, mit dem Gerät, ich schon mal Fleisch habe, ne. Ja. So, reicht doch. Reicht doch. Reicht doch. Komm, schneller. Schneller wir essen, seit ich. Äh, ich will zeitlich essen. Das ist, äh, eher. Die Geschichte. Hä? So, dann reicht doch erst mal Fleisch rüber und aktiviert. So, dann gehen wir da vorne hin. Und ich setze mal hier kurz einen coolen Punkt. Ach, jetzt kann man, hä? Und wie hebe ich die jetzt alle wieder auf? Hä? Hä? Äh, hallo? Was ist das? Ähm. Ähm, 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 ähm. Wie hebe ich die denn jetzt auf hier? Ich will doch nur einen. Jetzt kann man sich hier mehrere von den Punkten setzen. Ich meine, das ist ja schon geil. Aber, oh, wie weit soll ich denn damit kommen? Das Messer ist ja schon fast am Anfang durch. Aber ich habe die Kiste schon gesehen. So. Da kommen so unsere Knochenpfeile. Und unser Fleisch. Äh, nein. So, ist halt die Frage. Bauen wir uns noch ein paar andere Sachen auf. Wir haben 21 Tage Zeit. Das heißt, wir können uns hier echt ganz in Ruhe aufbauen. Wir haben keinen Stress. Oh. Eins, zwei, alles nehmen. Vier tragbare Riga. Äh, ey, falsch. Vier tragbare Geräte. Hä? Sind jetzt alle vier hier drauf gesteckt, oder was? Hä? Alles nehmen, habe ich gesagt. Ach, du ahnst es nicht. Plaziere mehrere Geräte, um das kennen. Ja, wie? Finde das ab Untersuchefortschritt 0%. 999 Stunden. Ähm. Ja, aber wie? Umweltanzug. Nein. Äh. Gustav, ja. Äh. Ja, aber ich kann ja gar nicht mehr nehmen. Ich kann die ja da gar nicht reinpacken. Kann ich die da reinpacken? Nee. Kann ich doch nicht. Wie soll ich denn mehrere? Dann muss ich ja jedes Mal hierhin zurück. Um die zu Dingsen, ne? Ja. Dann ist das wohl so. Guck mal, gerade gespawnt. Das Zebra. Er muss ja jedes Mal zurück. Das ist ja blöd, ey. Das ist ja echt ein bisschen, äh, urig, ne? So. Zweimal. Und den Rest, den kann ich schon mal im Anzug verschwinden lassen. Zack. Äh. G ist ja hier. Nein, das bin ich doch nicht. Erstmal hier. Wupp, 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 wupp. Ähm. Die da nochmal mit bei. Ja. Hauen wir uns mal ein bisschen Holz. Ja, ich hab keine Ahnung. Ja, ich schätze mal, dass du die zwar alle anschmeißen kannst. Aber. Dann hast du da den einen angeschmissen. Holst du den nächsten. Schmeißt den an. Und so weiter und so fort. Ja, weil kannst du ja immer nur einen tragen, ne? Sei denn, von euch weiß einer, wie man mehr getragen kriegt. Das wäre natürlich cool, ne? Komm, geht kaputt. Boah, wie lange das dauert, ey. Was haben wir? 239 Holz. Ich glaub, das reicht. So, unsere provisorische Standardhütte hier. So, zwei davon. So, zwei davon. Zwei davon. Achso. Zwei davon. So. So. Und ne Tür. Nicht zu vergessen. Zum Boden. Vier Wände. Zwei Dächer. Aber ich dachte, ich hätte was gehört. So. Dann haben wir noch alles. Vier Wände. Zwei Dachelemente. Zwei davon. Also einen als Rampe. Und denne. Gut. Und dann bau noch mal. Oh, doch so viele. Woran fehlt's denn? Sticks. Ah, dann bau erst mal noch mal 50 Sticks hier. So. Das ist geil, ne? Aber immer noch nur drei. Weil ich nicht genug Knochen hab. Ja, gut. Jetzt gucken wir mal eben, wo es als nächstes hingeht. Vielleicht ist das ja auch so schön nah bei. Wo ist denn der nächste Punkt? Hier. Ach, jetzt siehst du ja kaum noch was. Eins, zwei, drei, vier. Ja, komm. Dann geh doch mal da hin. Jetzt kann ich... Wie werde ich die los? Das ist ja blöd so, ne? Einer da. Da muss ja dann der sein. Komm, dann gehen wir mal gucken hier, ne? Dafür brauche ich jetzt 20 Tage? Hä? Aha. Ah, der erste gute Treffer. So. Irgendwann erwischt mich auch nochmal ein Elefant. Da mach ich mir keine Sorgen. So, die Knochen. Und da sind die nächsten Pfeile. Äh, tap. Max umhergestellt. Vier. So, da. So, hä? Hä? Wo? Wo denn? Sind wir schon da? Ja. Das Gerät müssen wir dann nur aufstellen, oder wie wir das? Ja. Hier müssten wir da sein, ne? Ja, dann. Ja, dann. So, aber. Zeigt bei Verwendung eine Kartenmarkierung an. Gut ist das. Weiß ich gerade noch nicht. Äh, wir müssten eigentlich genau draufstehen, ne? Ja, hier müsste ja richtig sein. Hä? Warte. Hä? Wie funktioniert denn das jetzt? Ist das nicht egal? So, platziere das Gerät mit Unterschlupf in der Nähe von Alpha. Ja. Hm. Wo ist denn Alpha? Hier steht ja auch nichts. Diese blöden Steinpfeile, ne? Die sind gar nichts. Alpha. Meine Güte. Was hartnäckig. Da kommt die nächste. Meine Güte hier. Ja, 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 ja. Und jetzt kommt noch so ein blödes Schwein. Da siehst du es wieder, ne? Äh. Oh. Hier. Das scheiß Ding will uns wieder fertig machen, ne? Natürlich will es das. Das ist Icarus. Icarus kommt mit tausend Viechern. Diese Steinpfeile, die sind so richtig scheiße. Na, schmeck ich dir, du Arsch? Ja, lecker, der Junge, ne? Lecker. Hau dir mal mein ganzes Fleisch rein, hier, du. Echt. Na, wenigstens, lass da noch, ne? Ach, ja, ich weiß, ich hab noch kein Bett, aber das merkt nix. Du bist kaum hier draußen, ne? Ja, die Wüste ist schon hart. Wird Zeit, dass wir den besseren Drogen kriegen, aber vor allem Knochenfeile, Knochenfeile, Knochenfeile. Sonst sind wir bald am Arsch. Und am besten, ah, jetzt ist der ganze Malus da, ne? Scheiße. Ach, ja. Na, naja. Sagen wir mal so, ne? Hier ist der wahrscheinlich schneller abgebaut als alles andere. Ich glaub, da muss ich mir keine Sorgen machen. Hier haben wir ganz schnell unsere XP wieder zusammen, aber das war schon ein halbes Level, ne? Ein halber Level aufstieg. So, wo ist mein Zeugs? Weit kann's nicht sein. Ich hätte ja wenigstens mal ein Messer mitnehmen können, ne? Was? Sind wir hier noch richtig? Man muss ja, ne? So, das Gerät muss ja hier, da vorne ist es. So, hier sind wir richtig. Zack. So. Alles. Alles meins. Und da ist er wieder. Ja, jetzt ist grad nicht schlimm. Aber hierfür reicht's. So. Jetzt hab ich echt ein kleines Problem mit diesem Teil hier, ne? So. Gleich mal eben gucken. Ja, siehst du, hat er nämlich wieder nicht gemacht hier, ne? So, aber ordentlich Knochenpfeile hier. So, jetzt mach erst mal das hier wieder richtig. Das hätten sie, das sollten sie mal in den Griff kriegen, ne? Jede Woche ein Update bringen, aber nicht mal das da in den Griff kriegen. So. Wo ist meine Trinkflasche? Boah. Da, den Sauerstoff da. Ah, ansonsten passt es, ne? Dann hier. Ja, jetzt kommen wir zu den richtigen Pfeilen hier. So, gehen wir mal zum nächsten Punkt hier. Gehen wir mal hier. Also, holen wir uns mal eben aus der Kiste hier wieder so ein Gerät. So, ja, passt doch hier. Zack. Die Richtung stimmt, oder? Da ist die Kiste noch schon. Mann, Mann, Mann. Ja, ich hab keine Ahnung, wie das funktioniert. Na, mal gucken. Zack. So, und jetzt müssen wir hier hin. Heißt das irgendwo in dem Gebiet, oder? Ja, das verstehe ich nämlich noch nicht. Muss ich das mittig irgendwo platzieren, oder gibt es in diesem Kreis eine bestimmte Stelle, an der ich das platzieren muss? Erstmal verteilen wir die Geräte alle, ne? So, wie komme ich denn da jetzt hoch? Eiei. Eiei, 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 eiei. Gehen wir mal hier rum. Mal gucken. Was uns das jetzt so bringt, wenn wir hier rumgehen. Ja, keine Ausdauer mehr, ich weiß wohl. So, ja, das sah auch hier nahe des Berges aus, ne? Ach, Mann. So, jetzt kann ich erstmal die Pfeile wechseln, ne? Ja. So. Äh, da, da, da. Äh. Äh, wo? Wer macht hier Krach, ne? So. Und jetzt müsste das doch da. Wir kommen der Sache näher. Oh, Mann. So, ja, Zebra, Elefant. Bestimmt irgendwie da oben, oder was, ne? Ja, genau. Ist... Ne, hier. Sind wir jetzt hier mittendrin? Ja. Sieht doch gut aus. So. So, platziere das Gerät mit Unters... Ach, mit Unterschlupf. Ach so. Ja, man sollte schon richtig lesen. So, was heißt Unterschlupf? Da muss ich ja meine Hütte hier jedes Mal aufbauen. Ach, du ahnst es nicht. Jedes Mal... Da muss ich ja vier Hütten bauen hier. Ja, dann holen wir mal noch ein bisschen Holz ran hier, was? Ach, ja. Das habe ich so nicht auf dem Schirm gehabt. Nö. Tatsächlich nein. So. Ähm. Aufnahme läuft. Oh, Zeit ist gleich vorbei. Wir konsumen. Ähm. Noch ein Fleisch. War der gestorben? Äh, hier. Die Pläu. Und dann die Form. Zack. Boah, jetzt muss ich jedes Mal so ein Haus bauen. Äh. Habe ich doch geändert? So. So. Irgendein Viech will mich jetzt hier angreifen. Zack. Ah ja. Delta haben wir. Delta sitzt. So, dann muss ich nochmal wieder zurück zu dem da. Ach. schon sowieso. Und überhaupt. Äh. Knochen vor allen Dingen. Knochen nicht zu vergessen, ne? So. Yo, Weather. Äh. Äh. Schwere Wüstenwinde. Na klaro. Genau jetzt. Ja, würde ich sagen, ich gehe doch erstmal zurück zu der Hütte. Und verbarrikadiere mich da drinne. Und dann gehen wir in der nächsten Folge da rüber. Oh, hallo, Herr Elefant. Jugendtag auch. So. Hä? Was? Oh. Ja, Junge, du bist doch doof. Ich kriege doch nur Ärger mit dem Kollegen da vorne, ey. Bring mich doch nicht in meine Versuchung hier. Ehrlich. Ich will mich mit dem nicht anlegen. Der macht mich platt. So, fünf Stunden. Dann müssen wir erstmal hier hin. Wo habe ich denn die Tür? Natürlich auf der völlig falschen Seite gebaut, ne? So, gut. Dann müssen wir jetzt erstmal hier hin. Hier machen wir dann auch das Ende der heutigen Folge. Und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wenn ja, dann lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Wenn euch interessiert, wie die Reise auf diesem Kanal hier weitergeht, dann abonniert ihn euch. Lasst mir auch gerne ein paar Kommentare da. Würde mich sehr freuen. Äh, jo. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao. Ciao.